Seit mehreren Jahrzehnten war Jean-Claude Van Damme einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood und in der Filmindustrie allgemein. Der Kickbox-Ikone gelang es, zu einem Symbol für Actionfilme zu werden, wie wir es in dieser Kategorie seit seinem Rückzug nicht wieder gesehen haben. Daher erscheint es fast unmöglich, sich nicht über sein plötzliches Verschwinden aus dem Rampenlicht zu wundern. Obwohl er in den 1990er Jahren ein Name und Gesicht war, das sowohl jung als auch alt im Gedächtnis geblieben ist, stellt sich die Frage. Warum ist Van Damme aus dem Scheinwerferlicht verschwunden? Bereut er es, seine Eltern verlassen zu haben, um in Hollywood ein Superstar zu werden? Begleiten Sie uns, während Jean-Claude Van Damme mit 63 Jahren endlich das zugibt, was wir alle vermutet haben. Jean-Claude Van Damme wurde am 18. Oktober 1960 in Brüssel, Belgien, als Jean-Claude Camille, François von Warenberg, geboren. Sein Vater, ein Buchhalter und Florist, stammte aus Brüssel und sprach sowohl Französisch als auch Flämisch, während seine Mutter Flämisch war. Van Damme wuchs katholisch auf und hatte eine jüdische Großmutter väterlicherseits. Im Alter von 10 Jahren begann er mit dem Training in Shotokan Karate und fügte später Kickboxen zu seinen Fähigkeiten hinzu. Mit 18 Jahren erhielt er den schwarzen Gürtel im Karate und erlangte später einen zweiten Dan. Um seine Körperkraft zu verbessern, begann er mit dem Gewichtheben und gewann den Titel Mr. Belgium im Bodybuilding. Mit 16 Jahren nahm er Ballettunterricht und studierte es fünf Jahre lang, wobei er es als eine herausfordernde und vorteilhafte Trainingsform lobte. Später erweiterte er seine Kampfsportkenntnisse durch Training in Taekwondo und Muay Thai. Ballett, Karate oder Schauspielerei. Wie ging es für Van Damme weiter? Jean-Claude Van Damme trat im Alter von zwölf Jahren dem Centre National de Karate bei und trainierte dort vier Jahre lang, wodurch er einen Platz im belgischen Karate-Team erhielt. Später trainierte er Vollkontakt-Karate und Kickboxen. Van Damme beschreibt seine Kindheit als hart und sich selbst als etwas nördig und nicht besonders körperlich begabt. Mit 15 Jahren begann er an Karate-Turnieren teilzunehmen und erzielte von 1976 bis 1980 eine Bilanz von 44 Siegen und vier Niederlagen. Er war Teil des belgischen Karate-Teams, das 1979 die Europameisterschaft im Karate gewann. Er nahm auch am Challenge-Coup des Espoirs Karate-Turnier teil, verlor jedoch im Finale gegen seinen Teamkollegen Angelo Spataro. Im Jahr 1980 besiegte er Patrick Teugels durch TKO, ein Kampf, den er später als seinen denkwürdigsten bezeichnete. Van Damme begann seine Vollkontaktkarriere im Jahr 1977 und erzielte von 1977 bis 1982 eine Bilanz von 18 Siegen und einer Niederlage. Er hatte eine ungenannte Rolle in dem Film »Frau zwischen Wolf und Hund« von 1979 und erregte die Aufmerksamkeit des Herausgebers des Professional Karate-Magazine Mike Anderson und des Champions Geert Lemmons. Van Damme zog sich 1982 aus dem Wettbewerb zurück und eröffnete 1973 ein Fitnessstudio, das California Gym, das verschiedene Fitnessaktivitäten anbot und auf seinem Höhepunkt 15.000 Dollar pro Monat einbrachte. Er verkaufte das Fitnessstudio, um in die Vereinigten Staaten zu ziehen, was sein Vater für verrückt hielt. Im Jahr 1982 reiste er mit 2.000 Dollar in der Tasche und ohne Englischkenntnisse zusammen mit seinem Kindheitsfreund und Michel Chissi nach Los Angeles, um Hollywood zu erobern. Da er unbekannt war, musste er von Grund auf neu anfangen und übernahm Gelegenheitsjobs wie Taxifahrer, Pizzabote und Tanzlehrer. Ihr erster Job in der Filmbranche war eine Statistenrolle im Hip-Hop-Tanzfilm »Breakin« von 1984, produziert von Canon Films. Sie sind im Hintergrund einer Tanzvorführung zu sehen. Zu dieser Zeit entwickelte er eine Freundschaft mit dem Action-Filmstar Chuck Norris. Sie begannen zusammen zu trainieren und Van Damme arbeitete als Türsteher in einer Bar namens Woody's Wharf, die Norris gehörte. Er beschrieb seine frühen Tage in den Vereinigten Staaten als besonders schwierig. Abgesehen von den 2.000 Dollar hatte er all sein Geld aus dem Verkauf seines Fitnessstudios auf ein europäisches Bankkonto eingezahlt. Daher kämpfte er finanziell. Um sein emotionales Wohlbefinden aufrecht zu erhalten, ging Jean-Claude Van Damme nachts in Santa Monica joggen und trainierte im Gold's Gym. Diese Routine half ihm, viele Jahre zu überleben. Er nahm aktiv an Casting-Aufrufen teil, kaufte jeden Mittwoch das Drama-Logue-Magazin und verschickte donnerstags sein Foto und seinen Lebenslauf. Er war bereit, alles zu versuchen, um Erfolg zu haben, sogar eine Geschichte zu erfinden. Er rief Filmstudios an und behauptete, ein Brüsseler Schauspieler mit einem Hongkonger Investor zu sein und ließ einen Freund so tun, als sei er daran interessiert, ihn zu besetzen. Diese Taktik half ihm, sich einen Fuß in die Tür zu setzen, und er traf sich mit Produzenten, um seinen Namen bekannt zu machen. Im Jahr 1984 war er Teil des Stunt-Teams für den Actionfilm Missing in Action mit Chuck Norris in der Hauptrolle und trat auch in dem Kurzfilm Monaco Forever auf. Seine erste größere Rolle war als russischer Bösewicht in Corey Ewans Martial-Arts-Film Karate Tiger, der letzte Kampf von 1980, in dem Kurt McKinney die Hauptrolle spielte. Van Damme und McKinney sollten ursprünglich in Karate Tiger II die Hauptrollen spielen, zogen sich jedoch letztlich zurück. Obwohl er später die Rolle aufgab, arbeitete er für den Regisseur John McTiernan im Film Predator von 1987 als eine frühe Version des titelgebenden Aliens, bevor er durch Kevin Peter Hall ersetzt wurde. Van Damme war die erste Wahl für die Rolle des titelgebenden Predator-Charakters mit der Absicht, seine Kampfkünste einzusetzen, um das Alien zu einem agilen, Ninja-ähnlichen Jäger zu machen. Nach einigen Tagen Dreh verließ er jedoch den Film. Es wurde berichtet, dass er sich ständig über das Monsterkostüm beschwerte, das zu heiß war und ihn ohnmächtig werden ließ. Er soll auch Bedenken geäußert haben, nur im Kostüm vor der Kamera aufzutreten. Außerdem wurde klar, dass ein physisch imposanterer Schauspieler benötigt wurde, um das Wesen bedrohlich gegen das Soldatenteam erscheinen zu lassen. Die Rolle ging schließlich an Kevin Peter Hall. Nachdem Predator ein Erfolg war, sagte Van Damme, dass er den Film schätze und keine Reue darüber verspüre, diese Rolle verpasst zu haben. Van Dammes Durchbruch gelang mit dem Film Bloodsport, der am 26. Februar 1988 erschien und auf der angeblich wahren Geschichte von Frank Dux basiert. Der Film wurde mit einem Budget von 1,5 Millionen Dollar für Canon gedreht. Die Handlung dreht sich um den US-Armee-Hauptmann Frank Dux, der von seiner Jugend an in den Künsten des Ninjutsu von Senso Tanaka ausgebildet wurde und im illegalen Kampfsportturnier Kumite in Hongkong den Platz von Tanakas verstorbenem Sohn Shingo einnimmt. Der Film wurde im Frühjahr 1988 zu einem US-Kassenschlager. Produzent Mark Dissalle sagte, er habe nach einem neuen Martial-Arts-Star gesucht, der ein Frauenheld ist. Aber Van Damme sprach nicht nur ein Geschlecht an, er sprach beide an. Er ist ein amerikanischer Held, der für Gerechtigkeit auf amerikanische Weise kämpft und den bösen Jungs das Handwerk legt. In Wirklichkeit hatte Van Damme für eine Hauptrolle gebettelt. Zum Zeitpunkt der Besetzung war er obdachlos, schlief in Autos und Garagen und musste manchmal auf den Diebstahl von Lebensmitteln zurückgreifen, um zu überleben. Ebenfalls 1988 spielte er einen weiteren russischen Bösewicht in Black Eagle an der Seite von Shokosugi. Nach dem Erfolg von Bloodsport bot Canon Films ihm die Hauptrolle in Delta Force 2, American Ninja 3 oder Cyborg, einem Cyberpunk-Martial-Arts-Film unter der Regie von Albert Pion, an. Er entschied sich für Cyborg, der 1989 Premiere hatte. Der Film war ein Low-Budget-Kassenerfolg und führte zu zwei Fortsetzungen, in denen Van Damme jedoch nicht auftrat. Canon setzte Van Damme erneut in Kickboxer ein, der im selben Jahr veröffentlicht wurde. Der Film war äußerst erfolgreich und spielte über 50 Millionen Dollar bei einem Budget von 3 Millionen Dollar ein. Der Film begründete die Kickboxer-Reihe. Das Franchise führte vier Fortsetzungen, wobei Van Damme nur in der ersten Fortsetzung, Kickboxer 2, eine Nebenrolle übernahm. Kickboxer erzielte weltweit den größten Erfolg und war besonders populär in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1990 spielte er die Hauptrolle in Leon als ehemaliger Fremdenlegionär, der illegale Straßenkämpfe betritt, um Geld für die Familie seines toten Bruders zu sammeln. Der Film wurde in den USA in Wrong Bet und in Europa als AWOL veröffentlicht und war erneut ein Kassenschlager. Der Muscles from Brussels drehte 1990 geballte Ladung und den Buddy-Cop-Film Double Impact, in dem er Zwillingsbrüder spielte. Jean-Claude Van Damme blieb ein Jahrzehnt lang auf der Höhe des Erfolgs und gehörte zu den am meisten verdienenden Actionstars. Ende der 1990er Jahre begann seine Karriere jedoch zu schwanken. Filme wie The Quest 1996, Double Team 1997, Knock-Off 1998, Universal Soldier The Return 1999 und Inferno 1999 wurden alle von der Kritik zerrissen und floppen an den Kinokassen. Ende der 1990er Jahre und bis in die 2000er Jahre hinein erschien er weiterhin in Direct-to-Video-Produktionen und Fernsehfilmen, die sich nur bei hartgesottenen Fans behaupten konnten. In einem Interview aus dem Jahr 2017 erklärte Van Damme, Ich vermisse das Leben, das ich früher geführt habe, nicht. Ich war jung und unerfahren und ließ mich von all dem Ruhm und Geld blenden. Doch heute bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe und für die Lektionen, die mich dazu gebracht haben, zu erkennen, was wirklich zählt. Meine Familie und mein Wohlbefinden. Wenn ich ehrlich bin, bereue ich, wie sehr ich meinen eigenen Körper und meine mentale Gesundheit vernachlässigt habe, um an die Spitze zu gelangen. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es anders gemacht. Doch die Vergangenheit kann man nicht ändern. Ich bin stolz darauf, wie weit ich gekommen bin und bin bereit, das nächste Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Heute, im Jahr 2024, genießt Jean-Claude Van Damme seinen Ruhestand, abseits der Kamera. Während er gelegentlich in kleineren Rollen und Cameos auftritt, hat er sich vor allem auf seine Familie und die Wiederentdeckung seines spirituellen Selbst konzentriert. Seine Rückkehr zur Religion und zu einem ruhigeren Leben hat ihm eine neue Perspektive gegeben. Trotz der Fehler und Herausforderungen seiner Karriere ist Jean-Claude Van Damme in den Herzen seiner Fans ein unveränderliches Symbol des Actionfilms geblieben. Ein Beweis für seinen Einfluss und seine Bedeutung in der Filmgeschichte. Im Jahr 2004 spielte Van Damme die Hauptrolle im Actionfilm Wake of Death, der von Philipp Martinez inszeniert wurde. 2005 trat er in dem französischen Film Narco auf, in dem er sich selbst verkörperte. 2006 war er in Second in Command und The Hard Corpse zu sehen, beide unter der Regie von Simon Fellows bzw. Sheldon Lettich. Im Jahr 2007 hatte er eine kleine Rolle in der türkischen Tragikomödie The Exam und spielte die Hauptrolle in Until Death. Van Dammes Rückkehr ins Mainstream-Kino gelang 2008 mit dem Film JCVD, der positive Kritiken erhielt. Das Time-Magazin lobte seine Leistung als die Zweitbeste des Jahres, gleich nach Heath Ledgers Darstellung des Jokers in The Dark Knight. Außerdem spielte er 2008 in The Shepherd, Border Patrol und übernahm 2009 erneut die Rolle des Luc Deverot in Universal Soldier Regeneration an der Seite von Dolph Lundgren. In den frühen 2010er Jahren führte Van Damme Regie und spielte in Full Love, sprach die Figur Master Croc in Kung Fu Panda 2 und war Co-Star in Assassination Games. Er trat in der französischen Komödie Beur sur la ville auf und hatte 2011 seine eigene Reality-TV-Show Behind Closed Doors. Seit 2009 plante er einen Comeback-Kampf gegen den ehemaligen olympischen Boxgoldmedaillengewinner Somluk Kamsing, der jedoch mehrfach verschoben wurde. 2012 spielte Van Damme in der russischen Komödie Rdzewski vs. Napoleon und in UFO. Er trat in Dragon Eyes, Universal Soldier, Day of Reckoning und Six Bullets auf, sowie in The Expendables 2, wo er den Hauptschurken spielte. Er war auch in Werbespots für Coors Lightbeer und Dash-Waschmittel zu sehen. Am 21. Oktober 2012 wurde ihm zu Ehren in seiner Heimatstadt Brüssel eine lebensgroße Statue enthüllt. 2013 spielte Van Damme in der Komödie Welcome to the Jungle und verkörperte den Hauptschurken in Enemies Closer. Er war Star in der viralen Volvo-Trucks-Werbung The Epic Split. 2014 trat er im amerikanischen Actionfilm Swelter auf. 2015 spielte er die Hauptrolle im Action-Thriller Pound of Flesh und hatte eine Nebenrolle in einem chinesischen Superhelden-Parodiefilm. Er lieh 2016 erneut seine Stimme als Master Croc in Kung Fu Panda 3 und spielte in Kickboxer Vengeance mit, gefolgt von der TV-Serie Jean-Claude Van Johnson. 2017 spielte Van Damme in Kill'em All und 2018 kehrte er in Kickboxer Retaliation zurück und spielte in Blackwater an der Seite von Dolph Lundgren. Er war auch in The Bouncer zu sehen. 2019 trat er in We Die Young auf und 2021 spielte er die Hauptrolle in The Last Mercenary. 2022 sprach er die Figur Jean-Claude in Minions The Rise of Gru. Und 2023 wurde sein Ebenbild und seine Stimme als Johnny Cage im Videospiel Mortal Kombat 1 verwendet. 2012 wurde in Anderlecht, Belgien, eine Statue von Van Damme enthüllt. Das Kunstwerk zeigt eine jüngere Version des Muscles from Brussels in einer seiner Kampfposen aus dem Film Kickboxer und wurde zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des Westland-Shopping-Komplexes in Auftrag gegeben. Die Enthüllung fand am Boulevard Sylvain-Dupuis statt und wurde von Van Damme, seinen Eltern, der Kulturministerin Wallonien-Brüssel, Fadila Lanan und fast 2000 Fans besucht. Van Damme sagte, die Statue repräsentiere den Traum eines Brüsseler Kindes und sei für alle Kinder, die sich etwas sehr wünschen und fügte hinzu, wenn du stark genug an etwas glaubst, kann es wahr werden. 2019 wurde in dem Dorf Van Damme in Kabbala, Aserbaidschan, ein Van Damme-Denkmal aufgestellt, aufgrund der Namensähnlichkeit des Dorfes und Van Dammes Namen. Der Schauspieler veröffentlichte daraufhin einen Beitrag auf seinem Facebook-Account, in dem er den Verantwortlichen dankte. Kontroversen lauerten unter dem Glanz, 1997 reichte Frank Dux, der Kampfkünstler, den Van Damme in Bloodsport darstellte, eine Klage gegen ihn ein und forderte 50.000 Dollar für Co-Autorenschaft und Beratungsleistungen, die Dux für den Film The Quest von 1998 erbracht hatte. Laut der Klage beschuldigte Dux ihn auch, die Öffentlichkeit über seine Kampfsportbilanz zu belügen und erklärte, dass Van Damme, als er ihn unterrichtete, während dieser noch als Teppichleger arbeitete, keine nennenswerten Kampfkünste zeigte. Van Dammes Anwalt, Martin Singer, antwortete, Es gibt Aufzeichnungen, die seine Kampfsportanerkennung belegen. Schauen Sie sich nur seine Filme an. Er hat diese Rollen nicht wegen seines schauspielerischen Talents bekommen. Er ist derjenige, der diese Spagate auf Stühlen macht. Dafür hat er keinen Stuntman. Aber die Kontroversen endeten nicht dort. Spannungen entstanden zwischen Van Damme und dem Leibwächter und Stuntman Chuck Zito. Als Zito begann, Van Dammes entfremdete Ehefrau Darcy Lapier zu daten. Zito war Berichten zufolge unzufrieden über Lapiers Behauptung in einer Scheidungsklage, dass Van Damme sie misshandelt habe. Am 6. Februar 1998 berichtete die New York Daily News, dass Van Damme in der vorherigen Nacht von Zito im Scores Strip Club in Manhattan, New York, geschlagen worden sei. Zito, der zuvor Van Damme beschützt hatte und Stunts für den Film Nowhere to Run gemacht hatte, schilderte den Vorfall in seiner Autobiografie Street Justice von 2002 und behauptete, er habe sich die Hand gebrochen, nachdem er Van Damme mehrere Male geschlagen hatte, nachdem dieser abfällige Bemerkungen über ihn zu einem Club-Türsteher gemacht hatte, der die Kommentare dann an Zito weitergab. Van Damme bestritt in einem Auftritt bei Inside Edition, wenige Tage nach dem Vorfall von Zito geschlagen worden zu sein, und forderte Zito zu einem Kampf heraus. Obwohl dies größtenteils unter den Teppich gekehrt wurde, gab es im Oktober 2011 erneut Kontroversen, als Van Damme zusammen mit anderen Prominenten wie Hilary Swank, Vanessa May und Seal Kritik von Menschenrechtsgruppen auf sich zog, weil sie an einer Veranstaltung in der Russischen Föderation, in der Hauptstadt von Tschetschenien, Grozny, zum 35. Geburtstag des tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrov am 5. Oktober teilgenommen hatten. Menschenrechtsgruppen, die die Prominenten aufgefordert hatten, ihre Auftritte wegen der unter Kadyrov verübten Menschenrechtsverletzungen abzusagen, kritisierten die Prominenten für ihre Teilnahme an der Veranstaltung. Human Rights Watch veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, Ramzan Kadyrov wird mit einer Reihe von schrecklichen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Es ist unangemessen, dass Stars dafür bezahlt werden, mit ihm zu feiern. Und dafür bezahlt zu werden, Teil einer solchen opulenten Show in Tschetschenien zu sein, trivialisiert das Leiden unzähliger Opfer von Menschenrechtsverletzungen dort. Jean-Claude Van Dammes Scheidung von Darcy Lapier war hinter den Kulissen eine chaotische Angelegenheit und hatte negative Auswirkungen auf Nicolas' Erziehung. Im Laufe seiner Karriere machte Jean-Claude Van Damme nicht immer Schlagzeilen aus positiven Gründen. Van Damme geriet oft in die Kritik, wobei ihm vorgeworfen wurde, absichtlich die Karriere eines anderen Schauspielers ruiniert zu haben. Es wurde gesagt, dass Jean-Claude nicht leicht zu handhaben war und das schloss auch seine Zeit bei Friends ein. Der Schauspieler soll sich hinter den Kulissen wie eine Diva verhalten haben. Sein Privatleben war auch nicht einfacher. Van Damme hatte mehrere gescheiterte Ehen und das Ergebnis war in einigen Fällen nicht schön, besonders was seinen Sohn Nicolas betraf, als sich die Dinge zum Schlechten wendeten. Jean-Claude Van Damme hatte in der Vergangenheit mehr als nur ein paar turbulente Beziehungen. Vor seiner Ehe mit Darcy Lapier hatte Van Damme drei gescheiterte Ehen, darunter mit Gladys Portchix, die er 1999 wieder heiratete. Was seine Beziehung zu Darcy Lapier betrifft, so verlief diese sehr holprig. Sie heirateten 1995 und 1995 nahmen die Dinge mit der Geburt ihres Sohnes Nicolas eine problematische Wendung. Laut Nicky Swift zweifelte Van Damme anfangs daran, ob Nicolas wirklich sein Sohn war. Nach ihrer Trennung im Jahr 1997 wurde es für Van Dammes Sohn noch traumatischer, als sich seine Eltern trennten. Darüber hinaus verlor Darcy das Sorgerecht für Nicolas, während sie in einem Scheidungskampf mit Van Damme gefangen war. Wenn du über meinen Sohn sprechen würdest, dann ist das Wort »vermasselt« eine Untertreibung. »Mein Sohn Nicolas war traumatisiert, weil sie ihn von mir fernhielt«, sagte Darcy. Jean-Claude Van Damme war auch bekannt dafür, Nicolas schlechte Angewohnheiten beizubringen. Ich war nicht die beste Mutter, aber Jean-Claude erlaubte Nicolas alles. »Du willst keine Schule besuchen?« »In Ordnung.« »Du willst Sex mit deinen Freundinnen haben?« »In Ordnung.« »Du willst Drogen nehmen?« »Auch in Ordnung«, sagte Darcy. In den Jahren danach hat Nicolas ein hartes Leben geführt, obwohl es ihm in jüngster Zeit gelungen ist, sein Leben zu stabilisieren. Jean-Claude und Nicolas hatten ebenfalls eine schwierige Beziehung, wobei Nicolas Jean-Claude vorwarf, dass er ihn schlecht behandelt habe. Das Duo hat es schließlich geschafft, den Schmerz zu verarbeiten und heute sind sie in einer viel besseren Beziehung. Heutzutage hat Van Damme enge Beziehungen zu seinen Kindern, einschließlich seines anderen Sohnes Christopher, dem er einige lebensverändernde Ratschläge gegeben hat. Er hat immer noch einen enormen Einfluss, Van Damme gilt weithin als eine Ikone des Action- und Martial-Arts-Kinos. Sein Ruhm wird oft damit in Verbindung gebracht, dass er Hollywood-Türen für Namen wie Don Wilson, Olivier Gruner, Dale Cook und Lauren Avedorn geöffnet hat. Er wird als der am meisten nachgeahmte Action-Star beschrieben, dessen Filme unzählige Fortsetzungen hervorgebracht haben, wie Bloodsport 2, The Next Committee im Jahr 1996, Bloodsport 3 im Jahr 1997, Bloodsport 4, The Dark Committee im Jahr 1999, Cyborg 2 im Jahr 1993, Cyborg 3, The Recycler im Jahr 1990, Kickboxer 2 bis 6 in der Kickboxer-Filmreihe, Universal Soldier 2, Brothers in Arms im Jahr 1998, Universal Soldier 3, Unfinished Business im Jahr 1998, Hard Target 2 im Jahr 2016, Street Fighter, The Legend of John Lee im Jahr 2009, Street Fighter, Assassin's Fist im Jahr 2014, Time Corp 2, The Berlin Decision im Jahr 2003, die Time Corp TV-Serie im Jahr 1997 und Welcome to Sudden Death im Jahr 2020. Die ersten Fortsetzungen dieser Filme, an denen Van Damme beteiligt war, haben eine Plattform geschaffen, auf der er glänzen konnte und dienten als hervorragender Vorläufer. Van Dammes Einfluss wird mit der Bruce-Ploitation-Welle der 1970er Jahre verglichen. Viele Kampfsportler, Athleten und Filmemacher haben Van Damme als Einfluss genannt, darunter Alain Moussi, Scott Adkins, Dave Callaham, Jay Cutler, Georges St-Pierre, Nick Diaz, Tom Duquesneu, John Albert, Charles Rosa, Murad Ramazanov, Halil Amir, André Stoica, Giorgio Petrosian, Elphi Davis, Enk Ogil-Bartaku und Angela Chang, um nur einige zu nennen. Im August 2016 beschrieb Georges St-Pierre den Kampf mit Van Damme im Film Kickboxer Vengeance als einen wahrgewordenen Traum. Das ursprüngliche Videospiel Mortal Kombat im Jahr 1992 war als Kampfspiel konzipiert, das auf Van Damme basierte. Die Schöpfer Ed Boone und John Tobias hatten ursprünglich geplant, Van Damme selbst in das Spiel einzubauen. Das scheiterte angeblich, da er bereits eine Vereinbarung für ein anderes Spiel auf der Sega-Genesis-Plattform hatte. Boone und Tobias entschieden sich schließlich, einen Charakter namens Johnny Cage zu erschaffen, der hauptsächlich auf Van Dammes Erscheinung und Outfit im Martial-Arts-Film Bloodsport basiert. In der deutschen Version der Donkey Kong 64 Website ist DKs größter Held Jean-Claude Van Cong. Der amerikanische Wrestler Robert Alexander Satkovsky erhielt 1992 seinen Ringnamen Rob Van Damme von Ron Slinker, einem Promoter in Florida, möglicherweise aufgrund seiner Kampfsporterfahrung und seiner Ähnlichkeit mit Van Damme. Mitte der 1990er Jahre führte der Stress des ständigen Filmdrehs und der Promotion, wie Van Damme erklärt, dazu, dass er eine Kokainsucht entwickelte, für die er bis zu 10.000 Dollar pro Woche ausgab und bis 1996 bis zu 10 Gramm pro Tag konsumierte. 1999 wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet. Versuche einer Drogenrehabilitation blieben erfolglos und er entschloss sich, seine Sucht durch einen kalten Entzug und Sport zu bekämpfen. 1998 wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Im Jahr 2011 sprach er in der britischen Reality-Show Behind Closed Doors über seine Erkrankung und sagte, Manchmal wirst du mich mögen und manchmal wirst du mich hassen. Aber was kann ich tun? Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein extremer Bipolarer und nehme Medikamente dagegen. Als ich jung war, litt ich unter Stimmungsschwankungen. Morgens war der Himmel blau, wenn ich zur Schule ging und für mich war der Himmel schwarz. Ich war so traurig. Er war fünfmal mit vier verschiedenen Frauen verheiratet. Bis 1992 war er mit seiner dritten Frau, der Bodybuilderin Gladys Portricks, verheiratet, mit der er zwei Kinder hat, Christopher, geboren 1987, und Bianca Brigitte, geboren 1990. Er begann eine Affäre mit der Schauspielerin Darcy Lapierre, die er im Februar 1994 heiratete. Aus dieser Ehe hat das Paar einen Sohn namens Nikolas, der am 10. Oktober 1995 geboren wurde. Im selben Jahr hatte er eine Affäre mit seiner Streetfighter-Co-Star Kylie Minogue während der Dreharbeiten in Thailand. Lapierre, die zu dieser Zeit mit ihrem Sohn schwanger war, erfuhr erst 2012 von der Affäre, als Van Damme sie öffentlich zugab. Im Oktober 2016 sprach er seine Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei der Wahl 2016 aus. Anfang des Jahres erwähnte er im März, dass die Illuminati, einschließlich der Rockefellers und Rothschilds, versuchen könnten, Trumps Wahlsieg zu verhindern. Er war zehn Jahre lang in einer Beziehung mit dem Model Alena Caverina, obwohl er noch mit Gladys Portricks verheiratet war. Caverina wurde in der Ukraine geboren. Van Damme besuchte das Land während der russischen Invasion in der Ukraine, um seine Unterstützung zu zeigen. Heime für bedrohte Arten schaffen Abseits der Schauspielerei hat Van Damme öffentlich verschiedene Naturschutz- und Tierrechtsorganisationen unterstützt, in mehreren PSAs für Animals Australia mitgewirkt und daran gearbeitet, sein Ziel zu erreichen, Prominente und Kollegen dazu zu bewegen, Zufluchtsorte für bedrohte Arten zu schaffen. 2022 wurde er zum Botschafter der Demokratischen Republik Kongo für Umwelt ernannt, mit der Aufgabe, den Schutz von Wäldern sowie der lokalen Flora und Fauna zu verbessern. Seine Rollen scheinen heutzutage viel begrenzter zu sein, doch Jean-Claude Van Damme ist immer noch offen dafür, in weiteren Filmen mitzuspielen. Er plant noch nicht, in den Ruhestand zu gehen, wie in einem Interview mit THR deutlich wurde. Der Schauspieler ist offen für alles, was auf ihn zukommt. Und das schließt ein aktuelles Projekt ein What's My Name, das sich weiterhin in der Vorproduktionsphase befindet.